Hallo zusammen, ich bin eure Floheit und in diesem Video möchte ich euch das kommende Kartenspiel Ruhmes Geschichten erklären, welches mit dem Kapitel Hochinsel im Juni 2022 veröffentlicht wird. Ruhmes Geschichten ist ein Kartenspiel für zwei Spieler. Man kann entweder gegen die KI oder echte Gegner antreten. Ziel des Spiels ist es entweder genug ansehen oder alle Patronen auf seine Seite zu bringen. Starten wir direkt in ein Showmatch gegen die KI und erklären das Wichtigste. Ansehen. Sobald ein Spieler 40 ansehen erreicht, gewinnt er das Spiel, sofern der Gegner in seinen darauf folgenden Zug nicht gleichziehen sollte. Macht. Diese wird zum Verwenden einiger Patrone benötigt. Übrig gebliebene Macht wandelt sich automatisch am Ende des Zuges in Ansehen um. Es gibt hier jedoch eine Ausnahme. Sollte der Gegner einen Akteur mit der Fähigkeit verspotten auf dem Feld haben, so wird die angesammelte Macht stattdessen zuerst den Lebenspunkten des Akteurs abgezogen. Fallen die Lebenspunkte des Akteurs dabei auf Null, wird diese anschließend auf den Ablagestapel gelegt. Und zu guter Letzt Gold. Gold wird zum einen zum Kaufen von Karten aus der Taverne und zum anderen zum Aktivieren einiger Patrone benötigt. Gold, welches man nicht ausgibt, wird am Ende des Zuges auf Null zurückgesetzt. Doch bevor wir mit dem Spiel beginnen können, muss jeder Spieler erst einmal zwei Decks wählen. Zum Release von Hochinsel wird es zunächst acht Decks geben, die man sicher spielen kann. Jedes Deck besteht aus einem Patron, sozusagen dem Anführer des Decks. Jeder Patron hat seine eigene Fähigkeit und es kann pro Zug nur ein Patron aktiviert werden. Es gibt jedoch Karten, welche die Benutzung mehrere Patrone in einem Zug erlaubt. Jeder Patron startet im neutralen Zustand. Durch Aktivieren eines Patrons wird dessen Effekt ausgelöst und dieser wird euch anschließend zugeneigt sein. Solltet ihr es schaffen, alle vier Patronen auf eure Seite zu bringen, gewinnt ihr das Spiel auf der Stelle. In welcher Position sich die Patrone befinden, erkennt ihr an dem Fallsymbol darum. Nachdem jeder Spieler insgesamt zwei Decks gewählt hat, kommt zum Schluss die Schatzkammer, ein fünftes und neutrales Deck mit ins Spiel. Jeder Patron hat seine eigene Starterkarte, die beide Spieler zu Beginn in ihr Deck erhalten. Zusätzlich erhält man sechs Goldkarten aus dem neutralen Deck Schatzkammer. Insgesamt starten beide Spieler also mit einem Deck, bestehend aus jeweils zehn Karten. Wenn das Spiel beginnt, erhält jeder Spieler fünf Handkarten. In der Mitte des Spielfeldes, der sogenannten Taverne, erscheinen fünf zufällige Karten, welche aus den zwei gewählten Decks beider Spieler stammen. Diese Karten können im eigenen Spielzug gekauft werden, sofern man das benötigte Gold hat oder entsprechende Karteneffekte aktiviert. Lassen wir zunächst den Gegner seinen Zug spielen und erklären anschließend unsere Vorgehensweise. Da der Gegner beginnt und somit als Erster aus der Taverne kaufen kann, startet der zweite Spieler, in diesem Fall wir, mit einem extra Gold in die Runde. Wir sind an der Reihe. Um Karten aus der Taverne zu kaufen, benötige ich mehr Gold. Daher spiele ich zunächst zwei Karten, die mir jeweils ein Gold erwirtschaften. Da wir nun genug Gold haben, entscheide ich mich, die Karte Kratzer zu kaufen. Die Karte landet anschließend in unseren Ablagestapel. Anschließend wird eine neue Karte in die Taverne gesetzt. Da alle Handkarten am Ende des Zuges in den Ablagestapel geschickt werden, entscheide ich mich, auch meine restlichen Karten auszuspielen. Dadurch konnte ich noch einmal drei Gold erzielen und mir eine weitere Karte kaufen. Normalerweise landen alle gekauften Karten im Ablagestapel. Hierbei gibt es eine Ausnahme, sogenannte Kontraktakteure, welche offen auf der eigenen Spielfeldseite platziert und dessen Effekte sofort ausgelöst werden. Ich entscheide mich anschließend für die Karte Kampfmeditation und erhalte im Anschluss zwei Machtpunkte. Nun habe ich die Qual der Wahl. Beende ich meinen Zug, dann wird jegliche Macht in Ruhm umgewandelt oder aber ich entscheide mich ein, Patron auf meine Seite zu bringen. In diesem Fall entscheide ich mich für einen Patron. Der Patron dreht sich anschließend in meine Richtung und ist mir zugeneigt. Ich kann nun von seinem Effekt profitieren. Da ich nun nichts mehr tun kann, beende ich meinen Zug über die Sanduhr. Nun ist der Gegner wieder an der Reihe. Er spielt seine Handkarten aus, erzielt Gold und Macht und entscheidet sich am Ende auch noch einen Patron zu aktivieren. Wir sind wieder am Zug. Zuerst entscheide ich mich, den mir zugeneigten Patron zu aktivieren. Durch seinen besonderen Effekt bekomme ich diese Runde ein extra Gold. Im Anschluss spiele ich meine Handkarten aus und kaufe mir eine weitere Karte aus der Taverne. Ich entscheide mich für eine weitere lilane Karte. Der Herzog der Krähen ist ein besonderes Deck. Er hat mächtige Kombos. Dazu später mehr. Wir beenden unseren Zug und warten, dass wir wieder in der Reihe sind. Da wir jetzt aber keine Karten mehr im Nachziehstapel haben, wird der gesamte Ablagestapel in den Nachziehstapel gemischt. Nun sind wir wieder in der Reihe und wir können unsere erste mächtige Kombo aktivieren. Um eine Kombo zu aktivieren, benötigt man mehrere Karten derselben Farbe. Kratzer ist in diesem Fall eine lilane Karte. Um die Kombo 2 zu aktivieren, benötigen wir also zwei lilane Karten auf dem Spielfeld. Wie der Zufall so will, haben wir mit Tribut des Silbers eine weitere lilane Karte auf der Hand, die auch über eine Kombo verfügt. Durch das Ausspielen haben wir nun zwei lilane Karten auf dem Spielfeld und Kombo 2 wird ausgelöst. Da wir noch größere Kombos spielen wollen, entscheiden wir uns anschließend, weitere lilane Karten aus der Taverne zu kaufen. Wir beenden unseren Zug und warten, dass wir wieder an der Reihe sind. Wir sind wieder an der Reihe. Wir spielen unsere Goldkarten aus und entscheiden uns eine weitere lilane Karte zu kaufen. In diesem Fall handelt es sich um einen Akteur. Akteure sind besondere Karten, diese bleiben nach dem Ausspielen auf dem Spielfeld erhalten so lange, bis sie durch den Gegner vernichtet werden. Wir spulen nun vor, bis wieder etwas Interessantes passiert. Der Gegner ist am Zug und kauft sich aus der Taverne die Karte Schwarze Sakrament. Da Schwarze Sakrament eine Kontraktaktion ist, wird der Effekt bei Kauf sofort ausgelöst und mein Akteur wird vom Spielfeld entfernt. Wir nähern uns jetzt dem Ende des Spiels. Da sich das lilane Deck, Herzog der Krähen, durch Kombo mit viel Carddraw auszeichnet, kann ich fast mein gesamtes Deck in einem Zug ziehen und dabei viel Gold und Macht aufbauen. Die Stunde des Sieges ist eingetroffen. Da am Ende meines Zuges sämtliche Macht in Ansehen umgewandelt wird, habe ich 33 Ansehen. Jetzt fehlen mir nur noch 7 Ansehen zum Sieg. Und hier kommt die taktische Finesse ins Spiel. Der Herzog der Krähen ermöglicht es mir, einmal pro Spielzug mein sämtliches Gold in Macht umzuwandeln. Dadurch habe ich jetzt genug Macht, welche in Ansehen umgewandelt wird. Wie bereits erklärt, gewinnt man das Spiel, sobald man 40 Ansehen angesammelt hat. Der Gegner hat nun einen letzten Zug mir gleichzuziehen. Sollte er es schaffen, wird das Spiel so lange weitergehen, bis der erste Spieler 80 Ansehen erreicht. In diesem Fall hatte der NPC keine Chance und wir gewinnen das Duell. Ruhmesgeschichten ist ein Kartenspiel, was leicht zu lernen aber schwer zu meistern ist. Durch die vielen Padrone, Karteneffekte und Kombos entsteht ein spannendes Spiel mit taktischer Tiefe. Habt ihr Ruhmesgeschichten auch schon gespielt? Wenn ja, welche Decks spielt ihr am liebsten? Ich bin eure Floheit und wenn ihr mehr erfahren wollt, besucht mich gerne auf Twitch.